Sollten wir wieder die Vermögenssteuer einführen? Hallo, ich bin Bodo Schäfer und ich spreche darüber, wie du als Mensch stärker wirst, wie du finanziell frei wirst und glücklich lebst, wie du deine Träume lebst. Und jetzt fragst du vielleicht, was hat das Vermögenssteuer mit den Themen zu tun, die normalerweise deine Themen sind? Nun, das Thema Steuer ist in erster Linie kein politisches Thema, sondern ein Finanzthema. Denn Steuern entscheiden, wie viel du hast bzw. wie viel man dir wegnimmt. Und ich möchte mit dir zusammen jetzt auf dieses wichtige Thema schauen. Vielleicht bekommst du dann auch den einen oder anderen interessanten Einblick. Vielleicht hast du dir auch noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, ob Vermögenssteuer jetzt fair ist oder ob es richtig ist. Es ist ja so, in jeder Krise gibt es Gewinner und Verlierer. Und Ökonomen haben ausgerechnet, dass jetzt in dieser Corona-Krise etwa 83% schwächer sind, aus der Krise schwächer herausgekommen sind oder zum Teil sogar sehr stark verloren haben. Und 17% haben gewonnen oder sogar sehr stark gewonnen. Was heißt gewonnen? Das bedeutet, dass diese 17% noch reicher geworden sind. Und immer wenn das der Fall ist, geht ein Aufschrei durch die Republik. Das ist nicht fair. Man muss den Gewinnern etwas wegnehmen, damit die Verlierer nicht ganz so arg getroffen sind. Klingt ja im Ansatz gar nicht so unvernünftig. Aber man könnte natürlich als ersten Impuls auch sagen, gut, dass es die Gewinner gibt, weil dann haben wir es insgesamt besser. Dann sehen wir, wie man es macht. Dann haben wir Inspiration. Da sind noch Leute, die mehr Steuern zahlen und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, der Ansatz ist nicht ganz unvernünftig. Zu sagen, guck mal, die haben es jetzt so richtig gut gehabt, die hatten es richtig schlecht, kann man da nicht was machen. Denn wir müssen ehrlich sein, nicht jeder ist in der Lage, sich im Moment von so einer Krise zu einem Gewinner zu machen. Mit der richtigen Vorbereitung, klar, da geht das. Mit den richtigen Kursen, dem richtigen Coaching bin ich der festen Überzeugung, dass sich viele Menschen aus dieser Gruppe, die eher verloren haben, ganz anders hätten verhalten können. Aber wenn sie noch nicht das Mindset haben, das nötig ist, ja dann trifft die Krise sie hart. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die, die gespart haben vor der Krise, dann in der Krise besser dastehen, weil sie einmal durch die Krise besser durchkommen und Chancen nutzen konnten. Und sie hatten ja Geld, sie konnten etwas kaufen. Und jetzt können wir sagen, naja, die hätten eben auch sparen sollen. Aber so einfach ist das nicht. Wenn sich gerade jemand selbstständig gemacht hat, dann hat er noch keine Gelegenheit gehabt, zu sparen. Diese Person hatte keine Zeit, Rücklagen zu bilden. Also grundsätzlich halte ich den Gedanken der Solidarität zwischen den beiden Gruppen für unverzichtbar in unserer Gesellschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gruppe nicht glücklich sein kann, wenn sie denen nicht hilft. Wir gehören alle zusammen. Und deswegen bauen wir mit unserer Stiftung jedes Jahr in Afrika mindestens eine Schule. Und ich glaube auch, das müsste stark sein, ich glaube auch, dass es Steuern geben muss. Denn die Schwächeren in unserer Gesellschaft, die dürfen wir nicht alleine lassen. Jeder, jeder in unserem Land sollte ein würdiges Leben haben können. Was hat das Ganze jetzt mit der Vermögenssteuer zu tun und wie ist das mit der Vermögenssteuer? Schauen wir uns die Fakten an. Es gibt Wahlprogramme und von den fünf größeren Parteien haben drei die Vermögenssteuer in ihrem Wahlprogramm. Ich sage euch ganz nüchtern eben, was das Wahlprogramm dieser drei Parteien sagt. Die Linkspartei will jedes Vermögen ab einer Million mit einem Prozent bis zu fünf Prozent versteuern. Zusätzlich soll es eine einmalige hohe Vermögensabgabe geben, die gestreckt werden kann auf 20 Jahre. Die SPD will jedes Nettovermögen von zwei Millionen mit einem Prozent besteuern. Und von da ab soll sich dann der Prozentsatz, je mehr du hast, leicht erhöhen bis 1,5 Prozent. Die Grünen wollen ab einem Vermögen von zwei Millionen einheitlich ein Prozent Vermögenssteuer abziehen. So, es gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du bist vermögend, dann verstehst du, was das bedeutet. Dann verstehst du die Hintergründe. Oder du bist nicht vermögend und du sagst, naja, so schlimm kann das doch jetzt nicht sein. Also, wenn du zwei Millionen hast, gibt es ein Prozent ab, das sind 20.000 im Jahr. Wer zwei Millionen hat, der kann ja wohl 20.000 abdrücken. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Machen wir mal einen kurzen Rückblick in die Geschichte. Wir hatten in Deutschland schon die Vermögenssteuer. Die wurde 1997 aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes ausgesetzt. Es war nicht so, dass das Bundesverfassungsgesetz gesagt hat, du darfst das nicht, sondern es hat bemängelt das Gericht, dass die Vermögenswerte unterschiedlich bewertet wurden. Immobilien nicht so stark wie Aktienvermögen und so weiter. Und deswegen, weil die Politik das nicht ändern, regeln konnte, hat man es eben ausgesetzt. So, und jetzt denken viele, aha, also ab 1997 gab es also keine Vermögenssteuer. Das ist falsch. Denn die Regierung hat im Ausgleich eine andere Form von Vermögenssteuer angehoben. Und das ist die Grunderwerbssteuer, die ist viel teurer geworden. Und sie hat auch die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer angehoben, was beides ja Vermögenssteuern sind. Gewissermaßen hat man das gemacht damals, um die Verluste der Vermögenssteuer zu kompensieren. Und diejenigen, die jetzt eine Vermögenssteuer haben wollen, die wollen gleichzeitig aber, dass die Grunderwerbssteuer so hoch bleibt und auch die Erbschaftssteuer so bleibt. Und dann zahlen wir unterm Strich ziemlich viel. Vor allem aber geben sich die Fürsprecher der Vermögenssteuer große Mühe zu zeigen, hey, ist doch gar nicht so schlimm. Wenn die Reichen ein bisschen was abdrücken müssen, ist doch nicht schlimm. Der Wirtschaft schadet das doch. Das ist ihr Argument. Der Wirtschaft schadet das doch nicht. Ein Prozent kann doch auch die Wirtschaft gut verkraften. Und dann zeigen sie so als Beweis auf die Schweiz, die hat eine Vermögenssteuer und sagen, guck mal, die Schweiz, die hat Vermögenssteuer und trotzdem geht es ihr gut. Das ist natürlich ein höchst unfairer Vergleich und das wissen diese Menschen auch, die das krakehlen. Denn in der Schweiz werden sowohl die Einkommen viel geringer besteuert als auch die Unternehmen. Und wenn du insgesamt viel, viel weniger Steuern zahlst, dann kannst du auch bei dieser geringen Steuerlast leichter eine Vermögenssteuer verkraften. Übrigens gibt es, es wird immer so getan, als wäre die Vermögenssteuer überall und nur in Deutschland nicht. Es gibt nur drei Länder in Europa, nur drei und da ist schon die Schweiz eine davon, die überhaupt noch eine Vermögenssteuer kassieren. Überleg mal, wie viele Länder es gibt. Und auch im Rest der Welt ist Vermögenssteuer eine absolute, mega Seltenheit. Und wenn es aber eine Vermögenssteuer gibt, was ja schon eine große Seltenheit ist, dann wird fast immer das Unternehmensvermögen geschont. Also darauf musst du dann keine Vermögenssteuer zahlen. Also im Klartext. Warum gibt es fast nirgendwo auf der Welt eine Vermögenssteuer? Und warum wird, wenn es sie schon gibt, sie schon gar nicht auf Betriebe angewandt? Die Antwort ist ganz einfach. Die Betriebe haben ja einen bestimmten Wert. Der wird dann versteuert mit einer Vermögenssteuer. Aber um das bezahlen zu können, muss der Betrieb das aus laufenden Erträgen leisten. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein paar gute Kurse gemacht, du bist durchgestartet, du hast ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern. Das Finanzamt sagt dir dann, weil es ja dein Unternehmen schätzt, dein Unternehmen hat einen Wert von drei Millionen. Jetzt sagen wir mal, du machst mit deinen 35 Mitarbeitern vier Millionen Umsatz und du erzielst in einem guten Jahr 5% Gewinn. Das sind dann 200.000 Euro Gewinn. Jetzt musst du, bitte rechne mal mit, damit du das Ganze wirklich tief verstehst. Wenn du jetzt 1% Vermögenssteuer auf den Firmenwert zahlen müsstest, drei Millionen Firmenwert, ein Prozent, 30.000. Wenn du aber 200.000 Euro Gewinn machst, kannst du 30.000 von den 200.000 zahlen. Ist nicht schön, aber es würde dein Unternehmen nicht gefährden. Klar, du hättest ein Siebtel weniger Gewinn. Aber weißt du, was das große Problem ist? Erstmal, wer legt fest, was der Wert des Unternehmens ist? Das ist schon mal ein Problem, was wir nicht unterschätzen dürfen. Denn was das Finanzamt sagt, das Unternehmenswert ist, kriegst du nie, wenn du das Ding verkaufen willst. Finanzamt sagt drei Millionen und der Einzige, der es dir abkaufen würde, bietet dir vielleicht 380.000. So, das ist eine kleine Diskrepanz. Aber wer setzt sich durch, ist Finanzamt. Das ist das Problem. Das große Problem ist aber noch ein ganz anderes. In dem Jahr, in dem du Minus machst, die 200.000 Gewinn nicht machst, musst du die Vermögensteuer, die 30.000, trotzdem bezahlen. Ja, woher nimmst du denn dann das Geld? Wenn du Minus machst, hast du eh ein Problem. Du hast Minus. Du musst Gehälter bezahlen. Du musst sehen, dass du irgendwie durchkommst. Und jetzt sollst du noch Vermögensteuer zahlen. Oder wenn du mal keinen Gewinn machst, dann keine 200.000, null. 30.000 zahlen, wo nimmst du die denn her? Woher sollst du das nehmen? Du musst das Geld leihen. Oder du musst etwas verkaufen von deiner Firma. Dann kannst du weniger Umsatz machen im nächsten Jahr. Du siehst, dass auf keinen Fall Vermögenssteuer auf Betriebe erhoben werden darf. Auch wenn wir denken, die sind doch reich. Die können sich das leisten. Wir dürfen es nicht. Grundsätzlich finde ich es sowieso kritisch, wenn Geld mehrmals versteuert wird. Wir haben das Geld ja versteuert, wenn wir es verdient haben. Und wenn wir viel verdient haben, haben wir auch viel Steuern bezahlt. Und wir haben es auch versteuert, wenn wir Anlagerenditen erzielt haben. Und dieses versteuerte Geld jetzt noch mal zu versteuern, das erzeugt ein Problem. Es stärkt nämlich nicht den Glauben an die Möglichkeit, dass wir in unserem System wirklich frei sein können. Dass wir wirklich, wenn wir Geld verdient haben, es versteuert haben, dass es uns gehört. Es entsteht der Eindruck der Willkür. Hey, wir könnten es dir jederzeit wieder wegnehmen. Mit einer Einmalabgabe, mit einer Vermögenssteuer. Wir können immer wieder, es ist gar nicht dein Geld. Und der Weg der Freiheit ist, dass irgendwas dann mal uns gehört. Klar, wenn wir mit dem Geld dann wieder arbeiten, wieder Gewinne erzielen, die müssen wieder versteuert werden. Völlig in Ordnung. Aber nicht das Geld, was wir einmal bereits versteuert haben. Das geht nicht. Und wenn jemand in der Krise jetzt mehr Gewinne gemacht hat, weil er zu den Gewinnern gehört, hat er ja auch schon mehr Steuern bezahlt. Er hat etwas Doppeltes geleistet. Er hat der Krise getrotzt und hat zugelegt. Dafür zahlt er Steuern, das ist auch in Ordnung. Aber was er auf diese Weise dann netto nachsteuern hat, das sollte ihm gehören. Aber viel schlimmer ist die Vermögenssteuer auf Firmen. Denn das wird existenziell. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Es geht der Firma gut, dann wird sie überlegen, ob sie in Deutschland bleibt. Anlässlich dieser Vermögenssteuer, wenn sie denn käme, oder ob sie Deutschland verlässt. Und in einer globalen Welt ist es ziemlich einfach, einen Standort zu wechseln. Viel leichter, als die meisten sich das vorstellen. Und bei uns sind die Unternehmenssteuern, also das, was du auf den Gewinn deiner Firma zahlst, sowieso schon deutlich höher als in anderen Ländern. Da sind die eh schon versucht zu gehen. Wenn jetzt noch eine Vermögenssteuer kommt, die ihren Gewinn drastisch reduzieren würde, überlegen Sie es erst recht. Und es sind gerade die Firmen, denen es gut geht, die auch die Möglichkeit haben, leichter zu wechseln. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Firma geht es nicht gut. Dann darf es die Vermögenssteuer erst recht nicht geben, weil sie dann existenziell wäre. Du kannst so eine Rechnung sagen, für die Firmen, denen es gut geht, würde die Vermögenssteuer in etwa bedeuten, dass 20% der Gewinne für die Vermögenssteuer draufgehen. Und wenn die Gewinne sehr klein sind, dann sogar erheblich mehr. Wenn du also nur 30.000 Gewinn machst, musst du aber 30.000 Vermögenssteuern zahlen. Bumm, hast ja für nichts gearbeitet. Und wenn Schulden gemacht werden müssen, um Vermögensteuer zu zahlen, weil man sowieso keine Gewinne gemacht hat oder sogar ein schlechtes Ja hat und Minus gemacht hat, dann ist es richtig, richtig schlimm. Und ich finde, das kann ja nicht der Sinn sein. Andere Länder, ich müsste jetzt mal über unsere Grenze hinausschauen, die machen das sehr viel eleganter. Die sagen auch, hey, wir brauchen Solidarität. Die, die viel gemacht haben und die, die wirklich Not haben, da muss es etwas geben. Und dann haben sie es sehr elegant gemacht. Sie erheben eine höhere Immobiliensteuer, die jedes Jahr anfällt. So, und das hat den großen Charme, dass Immobilien sehr leicht zu bemessen sind. Da kannst du sehr leicht den Wert festlegen. Und das musst du auch nicht jedes Jahr dauernd neu machen. Das ist bei einer Vermögenssteuer anders. Da muss jedes Jahr neu festgelegt werden, ja, wie wertvoll ist denn dieses Bild? Wie wertvoll ist denn die Uhr, die der Bodo da am Arm hat? Und das Auto? Und die einzelnen Anlagen? Das ist ein unfassbarer Aufwand. Und deswegen sagen die meisten Regierungen, die ein bisschen denken können, machen wir nicht. Weil von allem, was du durch eine Vermögenssteuer einnimmst, ein Drittel brauchst du, um das berechnen zu können. Für den Verwaltungsaufwand, der unfassbar ist. Wer kann dich sowas ausdenken? Das sind nur Menschen, die nie in der Praxis gearbeitet haben, die nie Unternehmer waren und die ein extrem hohes Gerechtigkeitsgefühl haben, aber die Sache dann nicht unbedingt bis zu Ende gedacht haben. Und weil sie nie Unternehmer waren, wissen sie nicht, welche Folgen das hätte. Klingt populistisch, klingt gut. Denen was geben, denen was wegnehmen. Die haben sich an denen bereitet, was sowieso Quatsch ist. Aber das ist der Gedanke, der so ein bisschen mitschwingt. Dabei gäbe es eine viel leichtere Lösung. Nämlich einfach, die Immobiliengrundsteuer anzuheben. So, noch etwas spricht meines Erachtens gegen die Vermögenssteuer. Das ist ein Gedanke, der mag jetzt etwas komisch klingen, aber ich werde es sofort erklären. Bürger werden kriminalisiert. Was meine ich? Stell dir vor, du hast eine Uhr. Und du hast jetzt auch ein Bild. Und das Bild, das hast du von deinen Großeltern. Du hast es vor Jahren mal schätzen lassen. Und da hat es schon einen Wert von 28.000 Euro. Und du hast gesagt, boah, das wusstest du gar nicht. Ich habe gedacht, so schön ist das Bild gar nicht. 28.000. Und dann willst du es schon verkaufen, aber der Schätzende sagt, ich kann mir vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren noch mal verdoppelt, wenn sie Glück haben, verzehnfacht. So, jetzt hängt das Bild da bei dir. Und die Uhr, sagen wir mal, hast du von einem Freund gekauft. Oder du hast doch, sagen wir mal, eine alte Taschenuhr gekauft. Für die hast du damals 4.000 Euro bezahlt. Die hast du gut versteckt zu Hause. Du brauchst sie eigentlich nicht, aber du findest sie so schön. Manchmal holst du sie raus und hast einfach Spaß. Die Taschenuhr, von der weiß keiner. Von dem Bild weiß keiner. Würdest du das angeben? Ja, musst du. Natürlich. Du wirst es angeben. Du hast dieses Bild, ist ein bisschen was wert. Du hast die Taschenuhr, ist ein bisschen was wert. Aber würdest du sagen, ist ein bisschen was wert? Oder würdest du sagen, ist richtig viel wert? War vor Jahren schon 28.000 Euro wert, das Bild. Wahrscheinlich, ich kann es jetzt nicht jedes Mal schätzen lassen, das kostet mich wieder Geld, nur um die Vermögenssteuer berechnen zu können. Aber 28.000, ja, wahrscheinlich ist es jetzt 70.000 wert. Und zu der Taschenuhr, da hast du gar keine Ahnung, was würdest du dazu sagen? Wenn du nicht den richtigen aktuellen Preis angibst, hast du dich unehrlich gemacht. Und ich glaube, das ist eins der stärksten Argumente gegen die Vermögenssteuer. Viele ansonsten sehr rechtschaffende Bürgerinnen und Bürger würden hier unnötig, völlig unnötig, in die Versuchung geführt, es mal nicht ganz so genau zu nehmen. Oder etwas zumindest im Preis anders zu bewerten, als man es auch bewerten könnte, wenn man es jetzt verkaufen wollte. Und damit würden sie letztendlich kriminalisiert. So, was auch immer du von dem hältst, was ich jetzt hier gesagt habe, wichtig ist mir, dass du dir eine Meinung bildest. Wir dürfen niemals sagen, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich kann eh keinen Unterschied ausmachen, das entscheiden eh die anderen. Immer fängt es damit an, dass wir uns Gedanken machen. Dass wir für uns eine klare Entscheidung treffen. Was halte ich für richtig? Was hältst du für richtig? Und wenn du das entschieden hast, dann wirst du auch immer Wege finden, für das einzustehen, was dir wichtig ist. Ich wünsche dir, mache aus deinem Leben ein Meisterwerk und lebe deinen Traum. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es gemeinsam, dass du deine Träume lebst. Dein Bodo Dein Bodo